Oh, ich wollte dir vor allem sagen, aber jetzt darf er dir auf jeden Fall den Laden noch ausrauben, bevor ich gehe. Oh shit. Oh shit, es ist so verlockend. Alter, jetzt ist es so verlockend nach dem, was die uns da andern haben. Aber wenn wir das jetzt stillen, ich meine, jetzt sind wir, naja, was heißt, wir sind eigentlich unschuldig. Wir haben jetzt nichts gemacht bei dem Vorfall bei uns daheim. Es wird nicht, na gut, wir haben halt, naja, eigentlich sind wir nicht unschuldig. Eigentlich hat unser kleiner Bruder die ganzen Leute umgebracht, die Polizisten und so bei uns daheim. Aber ansonsten haben wir eine reine Weste. Aber es wäre so gut, wenn wir die Ausrüstung hätten. Scheiße, Mann, wir gehen. Oh nein. Oh shit. Come on, come on. Shit. Where are we going? Sean. Watch out. Over there. Let's go. I don't know. Whoa, whoa, whoa. What are you doing out here, man? You almost scared the shit out of me. You guys okay? You don't look okay. That asshole. At the gas station. You're fucking crazy. He tied me up in his back office. I swear. Dude, say no more. I believe you, okay? Shit's crazy out in the woods. Get in. You two. Hurry up. Before he catches us. Das ist verrückt. Und ich dachte, ich habe einen schützlichen Tag. Ich wusste, dass der Mann sehr schützend war. Warum ist er durchgedreht? Hat er dich belästigt? Absolutes Arschloch. Hat er dich belästigt? Mehr Bigfoot als Mexikaner? Nur an einem Ort gelebt. Gruselige Holzbären. Was ist, du kleiner Junge? Du wirst ein paar fantastische Leute auf der Straße treffen. Was ist unter dem Blanket? Komm schon, ich bin nicht dumm. Daniel... Was? Wir retten sie. Wir sind heros. Wir sind heros. Ja... Ich denke, wir sind. Also... Was soll sie sein? Oh, das ist so, ja. Das ist so, ja. Du bist ein Pferd. Du bist. Oh, cool. Wir sehen uns. Um... Um... How about... ... ... Mushroom? She totally looks like a mushroom. Yeah, that's pretty cool. Not much of a girl's name, though. Who cares? I'm sure she loves it. So do I. Alright. Mushroom it is, then. Ja, danke, Big Brother. See, Mushroom? You got the best name ever now. Mushroom. Nice. I feel like I just witnessed history. You're on your way to becoming official road warriors, my dudes. Sounds like you've been on the road for a long time. Long boring story short. I come from a family with money. But no soul. I took off after school and never looked back. Now I write stories for zines and websites, do podcasts, protests. Try to make some positive change. Whatever. Wow. So you're like all political. Everything is political, Sean. Bist du berühmt? Bist du je einsam? Wie verdienst du Geld? Bist du je einsam? Man, that sounds cool. Don't you ever get kind of lonely? There's a big difference between alone and lonely. Yeah. That's dumb. And you probably need a lot of people out here. That's right. The unseen side of America. Hmm. Hey, no matter what, I just try not to get cynical. Otherwise, I'd be like my family. End of the day, we have to watch out for each other, right? Yeah. You did watch out for us. Thank you. Seriously. Looks like your brother crashed hard. Oh, good. He always goes right to sleep in cars. Yeah. And feel free to do the same. I won't take it personally. What about you? You okay to drive? Oh, yeah. This is my favorite time to drive. Traveling by night is kind of mysterious. I'm not driving through the pain. Going back on the road. Coming up and I wish I could stay. I've been sleeping up long. I've been going through the chain. I might never be sure. I'm just walking in a haze. I'm not ready to turn. I'm not ready to turn. I'm not ready to turn. Now, brother. I'm not ready to turn. Ich glaube das ist bekannt, oder? Hey, listen. I know what happened with you guys in Seattle. Do you want to talk about it? I'm a good listener. It's your call. No pressure. I... I don't even know what happened. It was so fast. Das ist doch Acadia Bay, oder nicht? Es hat gerade genauso ausgespielt wie Acadia Bay. Es war die Polizei meine verfluchte Schuld. Na, jetzt der Polizei die Schuld geben, ist jetzt auch nicht... Ich sage, es war meine verfluchte Schuld. Es war meine Schuld. Dann wollte ich mich spielen lassen. Und natürlich, ich sagte ihn zu werden. Und unser wögel ausgerüstet war mit ihm. Und ich furcht mich. Und ich habe Angst. So, Dad kam raus zu helfen. Somebody called die Barbe. Und... Die killen meine Dad in front of mir. Es war meine fucking Schuld. All I mussten tun... war mit Daniel. Und Dad würde noch nicht sein. Ich habe meine ganze Familie... Und jetzt sind wir alleine. Hey, es wird alles gut sein. Geh ein tiefes Gehirn. Wie, wie? I wish I could go back to my town, even if it was boring like that one. At least I've had friends, family, a home. I used to bitch about it so much. Now I've got nothing. What it sure is, that's the past. But you can't look back now. You've got each other. And you have to move forward. Why? You may not see it, but what you and your brother have is the most important thing. He needs you. And you need him. I can tell he doesn't know what happened. I don't know what happened. I know. I know. I really have to move forward. I know. I know. I'm going to do it next time I get it. It's just... It's not going to be easy. So then, what's your plan? Where are you going? Cut question. I was thinking... Get out of the country. Fuck it. Go down to Mexico, you know? Damn. I thought I was the long haul traveler. We'll go further. Maybe this is crazy, but should we just keep going until we get to Mexico? If you think that's the right thing to do, yes. This is exactly what you're supposed to be doing. You have family there? Maybe. We don't even have family in the U.S. Except for grandparents we don't see anymore. What about your mom? No. No way. She's... Out of the picture. But Dad, he always talked about this plot of land he owns in this little coast town. Puerto Los. That's a pretty cool name. So it's gotta be great. Okay. So you've still got a long ways to go. We've shot the shit long enough. Time to hit the road. Ja, man. Geil. Acadia Bay. Ich würde mich interessieren, was man gesehen hätte, wenn man am Anfang gesagt hätte, man hat Acadia Bay geopfert. Weil sich alles viel zerstört und so. ... ... ... Okay Mushroom, you can chase me... ... ... ... ... ... ... Um, nein. Komm, seh' du kannst du mir catchen. Ow! Some too bad? Brody Oh ja Er war ein wenig ein schräger Typ am Anfang in der ersten Begegnung Aber jetzt sind wir doch ganz froh, dass wir ihn haben Weird but cool Heilige Scheiße, der durchgeknallte Rassist hat Sheriff gespielt und mich in seinem Loch eingesperrt Daniel hat meinen Hintern gerettet, der Kleine ist irremutig Was zum Teufel ist danach passiert? Erdbeben? Beim Weglaufen sind wir auf den komischen Kauz getroffen Er hat uns gerettet, er ist klasse Erdbeben? Hab ich da was verpasst oder was? Oh ja, Trüffel Ich fühle mich zum ersten Mal seit Seattle sicher, dank Brody Außerdem haben wir beim Verduften einen kuriosen Trüffel eingesammelt Vermutlich keine gute Idee, aber was immer Daniel wieder lächeln lässt Ich muss es ihm immer noch sagen, immerhin weiß ich jetzt, wohin es geht Puerto Lobos Gute Nacht, Bucht Jetzt sind wir schon da unten Ah, ich kann Ich check halt noch immer nicht Oh Gott, jetzt kann ich das machen Ich hab da vorher auch schon mal heraufgedrückt auf ok Es ist aber nicht gegangen Ok, ich möchte auf alle Fälle die Feder Ah, ich kann vier Das kann ich gar nicht Also das hab ich anscheinend sowieso oben So wie wirklich den Bären anhänger Was ist das für Ich kann das gar nicht Also das hab ich wahrscheinlich sowieso schon oben Ja, cool Roads Ah, ok Hey Glad to see him act like a kid again How will I tell him Hey Let's play fetch with the pup Really? Yes Let me do a test throw first Cool Okay, er ist sehr langsam Das muss man schon sagen Mushroom Hello Oh, tut, tut, tut Ah Haha Ah Hello Now she wants me to throw the stick Okay, here Watch out fast They'll get the stick You go for it Just don't throw it too far I won't I swear I mean I promise Come on Mushroom Come on Schau, es ist ein Stich. Fett! Komm schon, Mushroom, holen den Stich! Es sieht aus, dass diese zwei zusammenkommen sind. Es ist gut, dass sie so sehen. Also, ich habe dir das Raum. Cool, danke Brody. Du solltest das Raum rausnehmen. Echt? Du kannst immer einen Börner später. Trust mir. Und Shawn, talk to Daniel. Er ist es, dass... Brody, du bist nicht verlassen, bist du? Ja, ich bin. Aber nicht bis Santa Brody gibt dir ein Geist. Tadah! Ich meine, ho, ho, ho. Und nicht da zu sagen. Ich lasse es hier, wenn du es. Okay, du wirst. Danke, Brody. Es fühlt sich gut. Hier, sieht aus wie es jetzt ist. Als immer. Ja, ich bin so schnell. Ja, ich bin so schnell. Ich habe sie seit meiner ersten Räuber. Und es hat mich immer安全. Jetzt ist es du. Cool. Um, du denkst du es okay, wenn sie sie... ...wears sie? Oh. Wir haben die offizieinige Guard-Doc. Ja, klar. Es ist deine Bandana jetzt. Du bist so süß. Das ist so süß. Okay, time for me to hit the road again. Hey, don't look so sad. You can contact me on my blog, a tribe called West. So, you better keep me posted when you can, okay? We will. Thanks again, Brody. Ah, bro-hug. Huh. Wish you could stay with us. Me too, kid. Sorry, I'll probably think of a better goodbye when I'm on the road, but until then, take care, my dudes. It's very cruel. I'm gonna miss him. Me too. Okay. Time to hit the sack. Don't worry, Mushroom. I got you. Okay, Leute. Ich muss jetzt wirklich meine Folgenpause machen. Ah, ihr tragt einen. Trüffel. Trüffel eigentlich für der liebe Name. Warum? Okay. Leute. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Life is Strange 2. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.